Weißt du was? Ich hab mir die Alpen zu. Das da. Ich treff hier gar nichts. Das war, das war Mist. Das sind Sportler, ich bin Couchkartoffel. Ich bin Couchkartoffel. Ich hab aber Hunger. Scheiße, das war der falsche Punkt. Ja, wer hätte es erwartet, eine klaffende Wunde ist in meinem Herzen aufgegangen. Wir haben verloren. Toll. Wie fühlt man sich so als Sieger im eigenen Spiel? Am eigenen Stand? Irgendwo muss sich das Training lohnen. Wir sind schon seit Dienstag da. Es wäre traurig, wenn wir das nicht könnten halbwegs. Ja, das stimmt allerdings. Trotzdem, ihr Versager. Wie läuft es denn sonst im E-Sports-Bereich? Ja, ganz gut über euch. Ja, wie du siehst, wir haben verloren. Könnte besser laufen. Nein, ernsthaft. Habt ihr denn irgendwas E-Sports-mäßiges auf der Messe tun können? Auf der Messe nicht. Aber wir haben im Moment unsere Vereinshaben angekündigt oder sogar nicht aufgebaut. Also man kann jetzt vor Ort in Leipzig bei uns zocken. Wird man dich denn nächstes Jahr auf der DreamHack mal wieder sehen? Auf der Bühne? Auf der Gamescom meinst du? Nee, auf der DreamHack. Auf der DreamHack. Ich denke, wir werden auf jeden Fall vor Ort sein. Was wir noch machen, da wissen wir noch nicht. Aber vor Ort werden wir sein, ja. Okay, schön. Dann sagen wir herzlichen Dank und ich hasse euch alle beide. Ihr verdammten Versager. So kann ich hier arbeiten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.